Guck, du-dum. Ich kriege diese Nachladung. Im Moment liegt der Granaten. Leider nicht. Die Hydra habe ich total verschwendet. Kommt, komm mal! Commander! Zerstörer ist in Reichweite! Raketen sind abschussbereit! Verstanden, Edi! Na, dann renn doch auch mal, Shepard. Puff! Ach, Quatsch. Schrecklich. Also, so groß war der Unterschied jetzt nicht. Ich habe kaum was bemerkt. Bis hier hin zumindest. Und da ist er, der dicke Reaper. Feuer! Oh, ja. Beide sind in Volltreffer. Er geht runter! Feuern sie aus allen Rohren! Oh, yeah. So schlachtet man Reaper. Zerstörer neutralisiert! Gute Arbeit, Edi! Shepard! Wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position! Verstanden! Das war nicht der Vorbote. Shepard! Hier drüben! Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse einschließlich des Vorboten das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Das Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tegel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt! Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch! Geben Sie mir Admiral Hackett. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, was sich dann jetzt so geändert hat. Und da ist er. Der dicke, fette Tegel. Jetzt oder nie Admiral! Es geht los! Bestätige! Ich gebe den Befehl! An alle Schiffe! Hier ist Admiral Hackett! Tegel ist unterwegs! Ich wiederhole! Tegel ist unterwegs! Um jeden Preis beschützen! An alle! Jetzt geht's! Gilt das jetzt? Jetzt geht's. Oh weia. Wo auch immer die Erde jetzt ist. Aber gut. Die ganze Reaper. weia. Weia. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Weia. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Nur eine Handvoll, was? Wir wussten, dass das ein Wabong-Spiel ist. Ich bin auf sie alle stolz. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemand schafft es allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Oh je. Scheiße. Aber wir sind nah dran. Da ist der dicke Fettevorbote. Oh je. Wir müssen weg. Los. Oh, wie geht's? Ja, mit der Carnifix möchte ich gern ein bisschen rennen. Ich kann wie immer schneller rennen. Ups. Ich bin einfach reingenommen. Weil ich so schnell bin. Der ist der Arboe für den Abonnnen. Das ist derланçal. Der ist der Arto. Oh. Oh oh, das Ende wurde verändert. Oh. Oh nein. Oh oh. Leute. Tadon, Gareth, schnell weiter. Oh, verdammt. Oh, die Normandy. Schnell. Die beiden müssen sich vereinen. Und Shepard wird bestimmt zurückbleiben. Ich lasse hier niemanden sterben. Ich muss wissen, dass hier jemand lebend rauskommt. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie auch dabei sind. Auch wenn ich besser schießen kann. In Ordnung. Alles Gute, Gareth. Oh oh. Los! Oh Gott. Dass die Normandy nicht angegriffen wurde, ist ein Wunder. Jetzt bin ich es noch nicht. Oh je. Hm. Oh Gott. Sie sind alle tot. Hat es jemand zum Strahl geschafft? Negativ. Alle Truppen wurden ausgelöscht. Da haben wir eine Lücke gefüllt. Wir müssen uns sammeln. Zurück zu den Gewalten. Warum auch immer der Vorbot jetzt abhaut. Arme ausgelöscht. Alle Truppen. Rückzug. Oh Gott. Rückzug. Rückzug. Na, dann wollen wir auf ein neues. Ich weiß, dass du das da hast. Das ist vollkommen. Da hört man sie schon. Gut. Hm. Oh je. Oh, ich kann sie ganz so noch schießen. So gut. Gleich kommt er. Der Marude. Na. Und da ist der Kopf ab. Und wir können endlich weiter. Ist der Citadel drauf. Hm. Aha, und so haut die Normandy ab. Oder was passiert hier? Oh oh. Oh, wie mies. Wo fliegt die Normandy jetzt bitte hin? Häckert. Heilige Scheiße. Er hat's geschafft. Oh. Hier ist der Admiral. Sieht aus, als hätte es jemand zur Citadel geschafft. Ja, das ist Shepard. Wir müssen ihnen Zeit geben, diese Arme zu öffnen. Alle Flotten. Beim Tiegel sammeln. Um jeden Preis beschützen. So muss es aussehen. Oh. Und die Keeper gucken sich jetzt Sachen an. Sehr interessant. Oh. Huh. Shepard. 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 Anderson. Auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff. Glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ziemlich dümpel. Alles okay? Naja, es ging mir schon besser. Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Hm. Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich... Ich gehe weiter. Je früher wer diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Was macht der Keeper denn jetzt hier? Ihre Höhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Was ist das denn? Also, ganz ehrlich, Leute. Das sieht doch immer noch nicht sehr schön aus. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge, wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Ja, Ausgang. Ich weiß ja nicht so recht. Oh. Oh Gott. Es ist wieder so weit. Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüber zu kommen. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wo sind Sie denn Ihrer Meinung nach? Ich habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Das sieht komisch aus, oder? Ich sehe etwas. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Anderson? Oh, oh. Verdammt. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Wen sehen wir dieses Mal? Immer noch Anderson. Woher kommt eigentlich der Unbekannte? Das hat mich beim ersten Mal schon ein bisschen gewundert. Aber gut. Hm. Anderson! Shippet! Ich... Ich... Ich kann nicht! Ich habe Sie unterschätzt, Sheffield. Was ist denn? Ich habe Sie gewarnt. Kontrolle sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über Sie, falls nötig. Sie kontrollieren Sie! Das glaube ich nicht, Admiral. Sie verstehen das einfach nicht. Mich zu kontrollieren, ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte. Als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt. Wollten einige die Portale zerstören. Aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen sollen. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Sie haben diese Macht nicht verdient. Und niemand hat sie verdient. Sie spielen mit Dingen, die Sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die Ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein. Das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder Sie. Sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Ein alter, sturer Soldat, der die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Und haben Sie sich schon mal gefragt, dass Sie sich auch irren könnten? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann! Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht, stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein! Ich habe die Kontrolle! Niemand sagt mir, was ich tun soll! Ihre Worte sagen alles! Sie sind... indoktriniert! Nein! Nein! Sie beide sind so selbstgerecht! So eine Macht bekommt man nicht geschenkt! Man muss Opfer bringen! Sie haben zu viel geopfert! Shepard, ich... wollte nur die Menschheit schützen! Der Tegel kann sie kontrollieren! Ganz sicher! Ich muss nur... Es ist nicht zu spät! Lassen Sie uns gehen! Den Rest machen wir! Das... Kann ich nicht tun, Commander! Natürlich nicht! Sie gehören jetzt Ihnen! Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe! Das lasse ich nicht zu! Aber das haben Sie bereits getan! Sie haben bereits die Menschheit zunichte gemacht! Das ist nicht wahr! Die haben die Citadel! Und wir kämpfen gegeneinander, statt gegen die! Ich muss nur... Sie haben getan, was die Reaper wollten! Und tun es noch, weil sie kontrolliert werden! Ich... Sie sind zu stark! Sie sind stärker! Lassen Sie sie nicht gewinnen! Werfen Sie die Fesseln ab! Lassen Sie sich nicht kontrollieren! Ich habe es versucht! Ohnein!